Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 7. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 612 und heute habe ich die folgenden Themen bereit. Tumblr, Openbook, Cortana, Edge, England, Google.io, Android, Auto. Das wären die Themen und ich stürze mich gleich zuerst. Tumblr ist eine Blogging-Plattform, die es schon viele Jahre gibt, die von Yahoo gekauft wurde und mittlerweile weitergereicht wurde. Das Verizon-Management ist generell enttäuscht von der Performance der Plattform. Muss man aber auch dazu sagen, dass quasi ja doch fast schon das Hauptding, eben nicht ganz so jugendfreier Inhalt vor kurzem oder auch nicht mehr so kurz, sondern schon ein Weilchen lang entfernt wurde oder verboten wurde zu veröffentlichen. Und das sind eben nicht jugendfreie Inhalte und das möchte ein potenzieller Käufer nun ändern. Denn es interessiert sich Pornhub für diese Plattform, möchte das Ganze aufkaufen, um da wieder Möglichkeiten zu generieren. Spannende Idee und ja, wieso nicht, weil ja, vom Tumblr kennt man unter anderem eben genau für diese Geschichte. Es war vor, ich glaube, circa zwei Jahren, da gab es mal eine Crowdfunding-Geschichte zu einem Social Network. Damals wollte Openbook, das oder die soziale Plattform der Zukunft werden, das quasi das Facebook der Zukunft werden und hat nach Unterstützern gesucht. Das hat auch geklappt, über 1900 Unterstützer haben sie damals generiert und das Ganze wurde weiterentwickelt. Und ja, wie soll ich sagen, mittlerweile ist man in der Beta-Phase angekommen. Also die Unterstützer plus noch ein paar weitere dürfen aktuell das Ganze in der Alpha-Version testen. Und wer mag, darf sich auch anmelden. Aktuell sind es irgendwie 14.000, 15.000 Leute, die da in der Warteschlange stehen, halt wie immer, wenn solche Geschichten passieren, gehen die Zahlen ziemlich schnell nach oben. Wer Interesse hat, in den Links oder in den Shownotes, besser gesagt, ist ein Link drin, wo ihr euch eintragen könnt. Ich bin einmal gespannt, denn man hat das Ganze aufgebaut auf dem Bereich Sicherheit, also Privacy, war das oberste Gebot und darauf hat man es aufgebaut, nicht wie damals Facebook, eben in die andere Richtung quasi. Und ob das Ganze dann überleben wird oder auch kläglich scheitern wird, wie all die anderen zahlreichen Alternativen, ich erinnere mich da an Ello und Co., wir werden es sehen. Cortana kommt zurück, ein abgeschlagener Assistent, unter anderem vor allem auf Windows, lauffähig. Eigentlich glaube ich, für Android-Phones gibt es auch Möglichkeiten, bin ich mir ganz sicher. Aber bevor ich da mich in Alpwahrheiten stürze, in Zukunft möchte Microsoft das natürlich auf alle Plattformen bringen, wie generell. Und da aktuell die Microsoft Build läuft, gibt es sicherlich in den nächsten Tagen die eine oder andere Neuigkeit dazu. Nicht zu Cortana, aber generell von Microsoft. Vielleicht aber auch mehr zu Cortana. Cortana soll Conversation AI bekommen und das heisst so viel wie, dass sie euren Gesprächen besser folgen kann und aus den Gesprächen, aus dem fliessenden Text raus, Befehle aufschnappen kann und diese auch umsetzen. Dazu gibt es ein kleines Video und einen Blogpost, den ich verlinkt habe in den Shownotes. Lest euch da mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Ich würde es Microsoft gönnen, wenn sie es so umsetzen können, wie sie es gerade möchten. Weil dann wäre der Dienst definitiv interessanter. Weiter geht es mit einem Thema auch von der Microsoft Build. Wie ich vorher schon gesagt habe, Microsoft bietet ja all seine Dienste auf all den Plattformen an. Und etwas, was aktuell nur auf Windows gibt, ist der Edge Browser. Der hat ja fast den Todesstoss bekommen, wurde aber in dem Sinn neu wiederbelebt. Todesstoss im Sinne von, ja, man setzt jetzt neu auf den Chromium-Basis, den unter anderem auch Google nutzt und andere Browser, wie sagt man, Plattformen. Und da möchte man jetzt eben auch unter anderem für die macOS-Plattform eine App entwickeln. Da mag ich mich an früher erinnern, als es den Internet Explorer noch auf dem Mac gab. Mein Gott, ich bin alt. Das britische Government, also die britische Regierung, setzt neu auf Bezahlungsmethoden wie Apple Pay und Google Pay. Auf der Webseite gov.uk können Kunden für auserwählte Dienste die beiden Bezahlungsmöglichkeiten nutzen. Das Ganze soll den Leuten die Möglichkeit geben, das einfacher zu bezahlen, vor allem auch sicherer zu bezahlen, keine Kreditkarten dazu hinterlegen etc. Und soll später im Jahr auch ausgebaut werden und auf lokaler Basis angeboten werden. Das ist extrem spannend, wie ich finde. Und das hoffe ich, nehmen sich andere Länder auch als Vorbild. Schweiz zum Beispiel. Das dürft ihr auch tun. Ab heute startet ja die Google I.O. Das Ganze überschneidet sich immer wieder, so die Entwicklermessen. Und das findet in Kalifornien statt, wie immer. Und da gibt es einiges auf dem Fahrplan. Man munkelt ja, dass die neue Pixel 3a Serie rauskommen wird. Also im Bereich Mittelklassen-Smartphone etwas Neues. Das im Bereich Nest Neues gibt. Android Q, also das kommende Android, soll vorgestellt werden. Man hofft auf Neuigkeiten zu Google Stadia, der Spiele-Streaming-Dienstes. Man hofft auf neue Features für den Google Assistant. Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern an das selbstständige Telefonieren aus dem letzten Jahr, Google Lens und Google Photos. Was es dann schlussendlich wird, das werden wir sehen. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass Android Auto ein grösseres Update bekommt. Vor allem auch ein optisches Update. Da wird einiges rumgeschraubt, damit ihr weniger klicken müsst, weniger tippen müsst, schneller auf der Strasse seid und die ganzen Daten besser verarbeitet werden. Wird ausgerollt, wenn es planmässig klappt, ab August diesen Jahres. Wir dürfen gespannt sein und das waren es die Neuigkeiten für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und morgen am Mittwoch, wenn ihr mögt, werde ich wieder eine neue Folge veröffentlichen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geektor.